Willig verreisen und trotzdem schön. Hier soll es noch möglich sein. Wir waren so ein bisschen von den allgemeinen Preisen schockiert. Wir waren in den letzten Jahren dann zum Beispiel zweimal in der Türkei. War ein sehr großer Preisanstieg zu diesem Jahr. Deswegen wollen wir Albanien auschecken. Mario reist für uns quer durchs Land. Flüge nach Tirana gibt's bereits ab 60 Euro. Seine erste Station Dürres, 30 Minuten vom Flughafen entfernt. Wo Disco-Besitzer Daniel sich mit 4 Freunden für eine Woche ein 2-Zimmer-Apartment gemietet hat. Das ist alles nicht so gepflegt, wie wir es kennen. Aber wir zahlen ja auch 5 Euro pro Nacht. Pro Person. Pro Person. Und ja, ihr seht es selber. Top. Wann habt ihr das gebucht? Wir haben das spontan gebucht. Vor 2, 3 Wochen haben wir das gebucht. Also, besser geht nicht gerade. Natürlich in der Nebenssaison, muss man auch sagen. Aber ja, essen gehen, nicht über 10 Euro. Ein Bierchen, 2 Euro, aber im Beachfront. Wir wollen heute mal ins Land fahren, wollen mal schauen, was da ist. Dafür wollen sich die 5 Jungs aus dem Harz einen Wagen anmieten. Ohne große Planung geht es in die nächste Autovermietung direkt vorm Hotel. Dort bekommen sie diesen Wagen zur Verfügung gestellt. Ich denke, 40 Euro mehr als okay. Der hintere Reifen sieht jetzt nicht mehr ganz so fit aus. Er hat ja auch erst schlappe 168.514 Kilometer runter. Ich hoffe, er fährt uns. Mit gemischten Gefühlen, aber ohne funktionierende Klimaanlage geht es los. Leider fährt der Wagen zwischenzeitlich nur im 2. Gang. Aber nach kurzen Zwischenpausen geht es dann wieder. Irgendwie zumindest. Für Mario geht es über die Berge, 3 Stunden in den Süden nach Xamil, wo er das deutlich besser vorbereitete Studentenpärchen Justin und Benita trifft. Wir haben jetzt für 12 Tage 500 Euro bezahlt. Vor allem, das ist jetzt auch nicht irgendwie eine Nobelkarosse für 500 Euro, sondern das ist ja wirklich ein Kleinwagen, oder? Wir haben jetzt quasi nicht das Kleinste genommen, sondern eine Klasse drüber. Für unsere Zwecke reicht es. Wir sind zufrieden. Das Auto fährt gut, macht das, was es soll. Also von dem her passt das. Für die heutige Nacht hatten sich die beiden die Suite in diesem 3-Sterne-Hotel ausgesucht mit Balkon und Blick aufs Meer. 55 Euro pro Nacht mit Frühstück. In der Vorsaison, in der Hauptsaison kostet das Zimmer 180 Euro. Das ist dann Juli und August. Wäre euch das der Preis dann auch wert im Sommer? Ich glaube, das wäre zu teuer für uns. Ein normales Zimmer kostet 100 Euro in der Hauptsaison, aber ohne Meerblick. Alternativ gibt es auch Apartments für im Schnitt 70 Euro. Dafür können hier bis zu 4 Leute schlafen. In beiden Fällen liegt das Meer direkt vor der Tür. So, dann testen wir mal das Wasser. Es sind 15 Grad, mega sauber und türkisblau. Das kann einfach nur schön werden. Tatsächlich sind es bereits 20 Grad und im Sommer sogar 26. Unweit vom Strand trifft Mario, Hanna und Florian, die gerade vom Landesinneren kommen, wo alles noch sehr günstig ist. Jetzt also für sie der Touri-Hotspot-Preischeck. Normale Pasta, 9 Euro. Ah nee, aber das ist mit Fisch. Man merkt schon hier, dass es viel touristischer und auch teurer ist. Also teuer im Anführungszeichen. Für deutsche Verhältnisse nicht teuer. Also es sind jetzt, ein Cappuccino kostet 2,50. Also das kriegst du in Deutschland auch nicht mehr. Zudem ist dieser Mietwagen der Beweis, dass es auch günstig geht. 280 Euro für 12 Tage. Heute müssen sie allerdings das erste Mal tanken und das ist gar nicht so billig. Das sind 179 Leck, oder? Also 1 Liter für 1,50. Aber ich finde, es geht trotzdem. Also ich bin in Deutschland geschädigt, was Spritpreise angeht. Ich finde, es ist völlig in Ordnung. Die beiden nehmen Mario mit zu ihrer günstigen Luxus-Unterkunft gefunden über ein Online-Portal. Zwar schaut man vom Balkon auf eine Baustelle. Dafür kostet das Zimmer nur 70 Euro für zwei Personen in der Hauptsaison. Wow, ist das schön. Mit im Preis das Frühstück direkt am Meer und eine eigene Privatbucht. Hanna und Florian sind jetzt schon Albanien-Fans. Wunderschön hier gerade die Strände. Hier gibt es wenigstens auch Sandstrände. In Kreuzien ist ja ganz viel Kies und ganz viel steinig. Und ich finde auch, dass die Wasserfarbe hier echt auch wirklich so ein bisschen Karibik-like ist. Ja, also sehr schön türkis und echt. Also nicht einfach nur Insta gemacht, sondern auch in Wirklichkeit so, ja? Finde ich schon, ja. Wer also zweieinhalb Stunden Flug auf sich nimmt und dann entweder mit dem Mietwagen oder dem Bus für circa 20 Euro in die Berge oder an die Küste reist, der kann bereits für 1000 Euro pro Person 10 Tage Albanien-Urlaub bekommen. Mit Flug, Unterkunft und Verpflegung. Und da kann man zwischen Schrottenmietwagen und Traumstrand alles erleben.